Yo, Mahlzeit! Neue Folge über Tore Challenge ist angesagt, Folge 15 an der Zahl und wir beginnen wie immer mit den letzten Resultaten. Fangen wir mit dem Führenden an, mit dem neuen Führenden, Jörg. Der hatte ein 2 zu 1 bei Liverpool gegen Genk, ein 1 zu 1 bei Atlanta gegen Man City und die Euroleague hatte er mit Apoel gegen Karabakh, ein 2 zu 1. Insgesamt 8 Tore, da denkt man doch, das ist doch wohl locker zu packen. Ja, vielleicht. 1 zu 0 PSG hatte ich, 1 zu 1 Neapel Salzburg hatte ich und 1 zu 2 Celtics Sieg bei Lazio. Fünf Stück, das heißt, Thema verfehlt eher, Under-Goal-Challenge wäre das richtige Format gewesen. Hier der Zwischenstand. Ja, mit Toren nach Toren bin ich vorne, aber es steht 6 zu 8. Bitter, bitter, bitter. Hat er jetzt fünfmal in Folge, äh, ich habe fünfmal in Folge verloren. Unfassbar! Kann man eigentlich gar nicht schaffen. Hätte ich mal besser alles würfeln sollen nach irgendeinem Konzept. Hm, gut. Alles klar. Bundesliga-Tipps sind auch schon, äh, online. Hier oben in der Infokarte, wo wir gerade schon mal beim Würfeln sind. Gut, ihr habt auch fleißig mitgemacht. Einer hat einen richtig guten Schnitt hier eingeblendet. Äh, Ninja Skit 1, nenne ich ihn jetzt mal. Ja, ich denke, das heißt auch so, 17 Tore. Chelsea das Spiel dabei gehabt. Acht Buden, 4 zu 4. Gigantisch. Atalanta City konnte sich sogar erlauben. 1 zu 1 insgesamt bis dato 10. Und Düdelingen gegen Sevilla. Nimmst da einmal Sevilla nicht. Das ist so unfassbar. Ja, sieben Stück. Congrats. Sehr gut gemacht. Ich wünschte mir, ich wäre das gewesen. Und würde da mit draufstehen. Aber, was solltet. Macht gerne alle wieder mit. In der, im angepinnten Kommentar, das Regelwerk. Alle Ligen laufen. Ich fange diese Woche an mit der Bundesliga-Partie. Number One fällt mir diese Woche relativ, ja, unschwer. Ja, denn ich nehme gerade mal die bestlaufendste Maschine. Und das ist RB Leipzig. Die machen gerade Buden. Und, ja gut, nur 2 zu 0 bei Zenit St. Petersburg. Aber wie oft verlieren die zu Hause 0 zu 2? Das haben die sehr souverän gelöst. Und letztendlich, wenn man das so vergleicht, schließt das schon an, an diesen Kantersieg in Wolfsburg im Pokal. Und das 8 zu 0 gegen Mainz. Und gegen Berlin. Da machen sie gerne ein Schützenfest auf. Wenn man sich die letzten Resultate dieses Aufeinandertreffens anschaut. Aller Bonheur, was es da an Hütten gibt. Und deshalb gerne diesmal wieder. Ich muss ja mal wieder eine Runde gewinnen. Ja, das sollte doch passen. Die Stürmer sind alle fit. Und die Verteidiger, die kommen auch klar mit den schnellen Stürmern à la Lucke Bakiut. Und auch mit den Nicklichkeiten hier von Ibisevic. Ich meine, die haben gerade Tschuba verteidigt. Und eine 0 gehalten gegen das Tier. Ich denke, RB Leipzig mit allen Wassern gewaschen. Munter nach vorne. Einen fangen sie sich wahrscheinlich irgendwann ein. 5 Tore soll es da doch wohl geben. Dann bin ich gespannt, wie der Jörg weiter macht. Ja, hallo auch von mir. Willkommen zur nächsten Runde. Dass der Winnie das Hertha gegen RB-Spiel genommen hat, ist extrem ärgerlich. Weil das hätte ich auch gerne gehabt. Ich glaube mir auch, dass da einiges los sein wird. Ja. Deshalb. Muss ich was anderes nehmen. Und ich nehme Paderborn gegen Augsburg. Ich weiß, beide Mannschaften haben in letzter Zeit nicht so viele Tore geschossen. Das lag aber auch daran, dass sie mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt sind. Ich glaube, das ist das Spiel, wo beide Trainer sagen, das müssen wir gewinnen. Und da werden wir sozusagen viel Arbeit nach vorne reinstecken. Deshalb glaube ich, dass in dem Spiel schon Tore drin sind. Weil beide können relativ schlecht verteidigen. Und die werden sich da schon ordentlich behaken. Und nicht nur sich hinten reinstellen. Also mein erster Tipp. Paderborn gegen Augsburg. Ja, und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Spiel. Ich werde nehmen Gladbach gegen Bremen. Kurz, warum ich mich nicht für das Bayern gegen Dortmund-Spiel entschieden habe. Ich glaube, Dortmund ist auswärts dieses Jahr wirklich nicht stark. Ja, die brauchen die Unterschützung vom Heimblut bekommen. Wenn man sich mal anguckt, die haben in Köln gewonnen. Das war aber ein mühevolles Spiel. Die haben bei Slavia Prag gewonnen. Und ansonsten haben sie kein einziges Spiel auswärts gewonnen. Bei Union verloren. Ich glaube einfach, dass die auswärts nicht richtig in die Gänge kommen. Zu Hause haben sie die Möglichkeit, selbst wenn sie eine schlechte Halbzeit spielen, dann mit dem Publikum und Gas geben, dass dann auch was wird. So zum Beispiel gegen Inter. Auswärts fehlt ihnen das, meines Erachtens. Und deshalb glaube ich, dass da von Dortmund nicht viel kommen wird. Und von den Bayern, das wird auch eher ein vorsichtiges Spiel sein. Das darf man nicht verlieren. Ich glaube schon, dass die Bayern gewinnen. Aber ich glaube nicht, dass das eine Vorführung wird. Von daher ist das für mich nicht so ein Overtur-Spiel. Weil Gladbach gegen Bremen hat sehr torreiche Auswärtsspiele gemacht. Die können eben auch die Standards nicht verteidigen. In der Luft sind die schlecht. Gladbach hat ein paar Leute. Auch wenn Gladbach ein bisschen müde sein dürfte. Nach den 95 Minuten jetzt hier am Donnerstag. Ich glaube, da sind schon Tore drin, weil ja auch Bremen immer welche schießen kann. Also das erscheint mir ein interessantes Spiel zu sein. Deshalb Gladbach gegen Bremen, mein zweiter Tipp. Ja, auch eine gute Wahl. Gladbach gegen Werder Bremen. Hatte ich gehofft, dass das mir übrig lässt. Aber gut. Augsburg in Paderborn. Könnte ich mir vorstellen, ja, eins von beiden. Entweder wenig Tore oder viel. Irgendwie so dazwischen kaum was. Also drei bis vier Tore würde ich sagen, nein. Entweder ein bis zwei oder richtig drüber. Ja, mal abwarten. So sehe ich ja auch irgendwie ein bisschen das Bayern-Dortmund-Spiel. Auch denke ich mal, keiner will Fehler machen. Sehr taktisch geprägt. Vielleicht wird es zum Ende hin wild. Zumindest bei Paderborn gegen Augsburg. Naja gut, hast du jetzt eh genommen und ich gehe mal mit meinem zweiten Pick in die zweite Liga. Und dann nehme ich mir Kiel gegen den HSV. Ja, ganz einfach, weil Kiel gegen die hat der HSV zuletzt nicht wirklich gut ausgesehen. Dann haben sie letzte Woche nur 1-1 bei Wien-Wiesbaden gespielt. Das heißt, da muss was kommen in diesem Nordderby. Ja, und HSV hat eine ganz gute Offensive. Und wenn die einmal in Fahrt kommen, und ich habe die Kieler auch die letzten Wochen gesehen, finde ich schon sehr imponierend, wie die immer weitermachen, egal wie der Spielstand gerade ist. Ich musste letzte Woche tatsächlich um meinen Siegzettel auf Arminia Bielefeld ganz schön zittern. Und auch die Wochen davor habe ich echt Probleme gehabt, Holstein Kiel einzuschätzen. Deswegen lasse ich auch nach dem Bielefeld-Spiel so ein bisschen die Finger davon. Aber die können auch jederzeit Tore finden. Die entwickeln sich gerade wirklich richtig, richtig gut. Ja, und der HSV, der muss den Fans jetzt wirklich was zeigen, dass die mal gegen Kiel gewinnen können. Also das ist ja die letzten Male echt eine gute Schmach gewesen. Wie gesagt, dann beim Tabellenletzten nur 1 Punkt. Trotz Unterzahl Wehen, glaube ich. Ja, da muss was kommen vor der Länderspielpause. Ja, deswegen komplettes Engagement. Bei Kiel gibt es das eh vor heimischer Kulisse in dem Top-Spiel. Und daher fallender Boden. Also so 4, 5. Hoffe ich doch mal. Gut, dann nehme ich international. Hab da die erste Wahl. Da nehme ich Barca gegen, gegen wen spielen sie nochmal? Celta Vigo, genau. Ja, hat es auch schon ein paar Mal richtig, richtig Hütten gegeben. Zudem Barca ebenfalls. Das letzte Mal 0-0 gegen Slavia Prag. Das Publikum nicht verwöhnt. Ja, alle mit gesenktem Kopf vom Platz. Und auch das Zusammenspiel vorne nicht so dolle geklappt. Luis Suarez wird wahrscheinlich fehlen. Beziehungsweise meine Hoffnung, dass sie den irgendwie noch fit kriegen. Also, ja, diesmal muss es funktionieren. Also da muss einfach noch mehr gepowert werden. Bei Celta Vigo fehlen auch echt ein paar wichtige Leute, die offensiv da Entlastung schaffen könnten. Deswegen gibt das, denke ich mal, ein komplettes Powerplay. Ist ein Samstagabendspiel. Und das sollte doch eine Fiesta geben. Und ich hoffe auf so ein Ergebnis wie gegen Valadolid. 5-1, 6-1. Richtig Karacho. Ja, und jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß, ich habe es dem Jörg jetzt weggenommen. Der hat die ganze Zeit danach gelauert. Ja, aber ich hatte die erste Wahl. Jut, Jörg, was hast du denn noch gefunden? Ja, schade, dass das Barca-Spiel weg ist. Das hätte ich auch genommen. Ich glaube, das ist ein sicheres so 4-5 Tore im Mindestens-Spiel. Celta Vigo ist einfach so defensiv, dass Barca da problemlos weit nach vorne schieben kann mit seinen Akteuren. Und dann kommt auch was bei Rom. Der Griezmann ist ja zum Beispiel schwach, wenn er immer nach hinten tracken muss. Das kann er nicht so richtig gut. Aber wenn sie alle da vorne mit Strafen rumstehen werden können, dann fallen da auch ein paar Tore. Ich habe lange hin und her überlegt, zwischen dem Atalanta-Auswärtsspiel und dem Sevilla-Derby. Und ich werde diese Woche mal das Sevilla-Derby nehmen. Es kann sein, dass da relativ wenig Tore drin sind. Es kann aber auch sein, dass das eine wilde Veranstaltung wird. Biches gegen FC Sevilla, da ist was los. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Das ist normalerweise immer ein sehr hitziges Spiel. Also mein dritter Tipp, Biches gegen Sevilla. Alle natürlich viel Spaß beim Wetten, beim Tippen und beim Gucken. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao. Ja, okay, interessant. Also ich hatte es beiseite geschoben, weil ich mir noch nicht mal irgendwie so richtig sicher war, gibt das überhaupt ein Bows-Teams zu scoren und fand die Quote da nicht so richtig gut. Ich hätte eher, glaube ich, Leicester gegen Arsenal genommen. Ja, Liverpool gegen City auch nicht unbedingt, wenn man sich da die letzten Duelle anschaut. Ja, Maximum drei Tore, glaube ich. Leicester Arsenal wäre für mich nach Barca die zweite Wahl gewesen. Aber gut, probierst es halt mit dem Sevilla-Derby. Gut, jetzt bin ich gespannt, was ihr habt. Haut's wieder in die Kommentare. Dafür sind sie da. Eure Picks. Und wollen wir doch mal ordentlich welche an den Start kriegen und eine riesen Liste von Teilnehmern haben. Ja, gut. Sportwetten zum Wochenende. Hier oben in der Infokarte könnt ihr euch natürlich auch reinziehen. Da sind die Tipps von Freitag und Samstag bisher nur erfasst, beziehungsweise bekannt gegeben. Eben Sonntag wird es auch noch eine neue Folge geben. Müssten wir mal zurückgucken, auch auf das BVB-Bayern-Spiel. Ja, und vielleicht auch eine kleine Vorschau zu Liverpool City. Mal schauen. Sonntag dann, ja, halt die nächste Folge. Und bis dahin erstmal schönes Wochenende. Und viel Erfolg bei eurer Auswahl. Ciao.